Leute, ihr müsst den Aktyom von Alex Show unbedingt finden. Also ich meine, wer ihn nicht auf der Hochzeit hat, der hat keine Hochzeit gefeiert. Also ich meine, es hat alles geschirrt von der Organisation, von der Party, von der Stimmung. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, also... Das war alles top. Wir haben ihn zufällig gefunden und das war die beste Entscheidung von der Hauptzeit überhaupt. Alles super, wir haben alle Wünsche eingegangen. Also es war wirklich perfekt. Der war einer von uns. Ja, vielen Dank. Das hat mich toll angefühlt.